Für die Wurzelfunktion gibt es keine allgemeingültige Indikationsregel. Wir wollen uns aber einmal für einen Spezialfall die Formel für die Stammfunktion anschauen. Unsere Wurzelfunktion ist f von x ist gleich n-te Wurzel aus z, wobei z ein Polynom ersten Grades sein soll. Also hier wieder die Einschränkung, wir betrachten nur Polynome ersten Grades im Radikanten. Nur dann kann man eine Formel angeben. Und diese lautet, f von x ist gleich n-te Wurzel aus z hoch n plus 1 durch n plus 1 mal z'. Okay, das sieht also ein bisschen aus wie die umgekehrte Kettenregel. Hier könnte man sagen, das ist die äußere Aufleitung geteilt durch die innere Ableitung. Und diese Formel funktioniert aber nur, deshalb hier wieder einschränkend, für Funktionen, für Wurzelfunktionen, die ein Polynom ersten Grades im Radikanten haben. Als nächstes Video schauen wir uns einmal an, ob wir eine solche Formel auch für bestimmte Exponentialfunktionen finden können.